So, dann kann die Aufnahme jetzt auch richtig beginnen. Das ist quasi jetzt unsere Base. Ich habe heute einfach mal angefangen mit ein bisschen Bauen. Ist ein Tutorial, was ich mir angeguckt habe, quasi. Und das fand ich ganz nice, das hier einzubauen in den Felsen. Und das wird erstmal quasi unsere Base sein. Ich habe schon ein paar Sachen, die ich mir überlegt habe, beziehungsweise angeguckt habe aus YouTube Tutorials, die ich hier auf jeden Fall mit einbauen möchte. Da kommt einiges auf uns zu. Weil ich ein Genius bin, habe ich natürlich vergessen, den Sand hier zu schmelzen, damit wir Glas bekommen. Weil das wird hier eine Glasfront. Ich feiere das eigentlich sehr, dass wir auch noch diese Elemente haben. Von dem Naturstein sozusagen. Ich glaube, das behalten wir auch drin. Auf jeden Fall ist für mich noch geplant, dass wir hier hinten noch irgendwas Geheimgangmäßiges machen. Weil die Base ist natürlich, also das Haus ist natürlich ein bisschen klein. Hier können wir nicht viel arbeiten. Aber das machen wir schon irgendwie. So, wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Weil damit wir irgendwie Geheimgänge bauen können und sowas, brauchen wir Redstone. Damit überhaupt irgendwas funktioniert. Und irgendwas ist doch hier. Hier. Hallo. Ein Lama-Händler. Kann ich mit dir handeln? Oh. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich damit... Also das ist grüne Farbe, schwarzfarbe, irgendeine Tulpe, Eis und er hauscht das gegen Emirates, richtig? Ich denke. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne deine Alpakas. Die würde er uns aber nicht geben. Egal, wir brauchen Fleisch, damit wir in der Höhle können, damit wir Redstone finden. Und wir brauchen nicht einen Redstone, wir brauchen auch Diamanten. Und das ist dann noch der weitere Plan für heute auf jeden Fall. Oh, was geht jetzt ab? Was machen die denn hier? Hey, hey, was ist los? Was ist los? Hey, was ist hier los? Was ist hier los? Nicht bewegen einfach. Nicht gleichzeitig schießen. Nicht gleichzeitig schießen. Wer seid ihr denn? Okay. Wir schießen nicht gegenseitig ab. Komm. Einer down. Den zwei kriegen wir auch noch. Hat jemand einen Armbrust gedroppt? Nein, okay. Ich würde auch generell gerne mal so ein Dorf verteidigen, das geradet wird. Aber ich wundere mich, dass die Leute auf einmal hier so random rumstehen und mich blöd angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt erzählt habe, warum ich auch eine Diamant-Hacke möchte beziehungsweise Diamanten möchte. Ich brauche eine Diamant-Hacke, damit wir auch andere Sachen abbauen können. Ich weiß gar nicht, die brauchen wir nicht für Redstone. Die brauchen wir für Obsidian. Aber Obsidian brauchen wir, damit wir in den Neter kommen. Und da möchte ich auch hin. Da gibt es nämlich auch für uns viel zu entdecken. Was machst du denn jetzt bei mir an meinem Haus? Ja, geh ruhig rein. Gerne, gerne. Leider haben wir das Glas noch nicht. Ist aber kein Problem. Geht ruhig rein. Ja, ja. Klar, da ist ein Bett frei, natürlich. Zwei, drei hier für deine Lamas auch noch mit. Das ist gar kein Problem. Gerne. Geh mal weg hier, bitte. Entschuldigung, ich arbeite hier. Alles klar, geht rein. Geht rein. Ihr seid jetzt gefangen. Ihr seid meine Gäste, meine ich. Erste Reihe. Ja, wir machen das hier vorne direkt. Das hält, das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Das sah im Tutorial anders aus. Da konnte ich das hier hinsetzen. Warum geht das nicht? Es ist aber noch rausgekommen. Ich dreh durch. Ich habe eventuell, habe ich hier einen Block falsch gesetzt oder so? Hm. Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ne, oder nicht. Er hat die einfach weiter reingesetzt, die Glasscheiben. Na, dann sei es drum. Haben wir ein paar so hingesetzt. Ist ja aber auch nicht weitertragendisch. Dann gehen wir jetzt einfach in die Höhle und versuchen jetzt Redstone zu finden und vor allem Diamanten. Ich bin gespannt, ob das was wird, weil ich so super gut vorbereitet bin. Ich habe hier schon eine Höhle entdeckt. Ich war noch nicht drin. Hier war ein Zombie-Villager drin. Der ist aber leider wieder despawned. Den können wir leider nicht mehr heilen. Und ich hoffe, dass es jetzt hier tief... Nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte, ehrlich gesagt. Das hatte ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Wir haben die Ressourcen mitgenommen. Aber es ist gar nicht so schlecht, weil ich hatte eh meinen Wassereimer vergessen. Also von daher... So, mal sehen, wie es hier aussieht. Vielleicht ein bisschen vielversprechender. Aber ich glaube fast, dass sie... Doch, es geht noch runter. Es geht nicht. Ich dreh durch. Hier geht es auch wieder straight raus. Leider kein Erfolg. Es machte aber den Ich-bin-ne-heftige-Höhle-Sound, ne? Ich budddle uns einfach mal ein bisschen runter. Vielleicht kommen wir irgendwo raus. Weil mein Plan war es eigentlich, dass wir eine Höhle finden, dann direkt auf das Level von den Diamanten kommen. Also, ne, ungefähr. Und dann irgendwie dadurch zufällige finden. Anstatt dann Strip-Mining zu betreiben, weil da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. So, jetzt haben wir doch schon mal zwei Zugänge. Oh, wo sind wir denn? 40. Wir müssen also noch ein bisschen runter. Und wenn hier Mr. Creeper ist, machen wir hier schon mal auf jeden Fall zu. Oh, da brennt es. Und da ist auch ein Dings. Wer ist das? Ein Minenschacht ist hier wieder. In Minekraft ein Minenschacht. Ah, hör auf. Komm, ich mach... Ich hör auf. Ist okay, beruhigt euch. So, wie sieht es denn generell aus? Wir haben hier einen sehr bösen Zombie irgendwie am Start. Ich markiere das Ganze mal für uns, dass wir hier auf jeden Fall raus müssen. Oh, verdammt. Alter, was ist denn... Wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn? 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 Ach, wie bist du denn da reingekommen? Meine Herren, ey. Alter, Vater. So, wir sind auf Höhe 27. Ich will jetzt hier niemanden enttäuschen, auch wenn es ein schöner Minenschacht ist und wir tolle Sachen kriegen könnten. Das interessiert mich gerade nicht. Wir müssen weiter runter. Das können wir uns immer nochmal angucken hier. Okay, da ist schon mal Gold und Redstone. Das heißt, da geht es schon mal in die richtige Richtung. Da müssen wir irgendwie hin. Und das sieht doch aus wie ein Spinnenspawner. Das ist doch schon mal sehr gut. Alter. Ja, die Höhen nicht in Minecraft wahnsinnig, wirklich. Ich kriege dir noch einen Herzenfaktor ohne ***. Ey. Nein, da sind jemanden, da sind jemanden, da sind jemanden, da sind jemanden. Ich bin in Ruhe. Diese verdammten Spinn. Das war's. Das war's. Ja, Mann. Aha. Da liegt das Zeug also. Da liegt mein Schwert. Da. Ich muss aufs Schwert direkt kommen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist die Axt. Da ist die Axt. Da ist die Axt. So, weg mit dir. Komm. Eiii. Geh weg. Ich will dich eigentlich heilen, aber das ist... Alter, verdammt. Oh, nee. Ihr kleine Nüstinger. Das kann nicht euer Ernst sein. Nicht zum zweiten Mal heute. So. Versuch Nummer drei. Ja, ich will nicht dein Freund sein Geweckwand. Ich muss mein Inventar sortieren. Wo waren hier die blöden... Der ist ne Spinne. Da ist ne Spinne. Und da oben ist der Spawner. Ich muss erstmal an den Spawner gleich ran. Ich kann dieses Gift nicht ertragen. Warum sind da drei Stück? Geht weg. Ich kann nicht mich bewegen, wenn die mich vergift. Es ist zum Kotzen. Kann ich lau... Lauf? Ah. Das ist auch ein Spawner. Ah. Verdammt. Ich hätte nie im Leben gedacht, wo ist mein ganzes... Dass das anstrengend ist als Arkt. Ohne Spaß. Was machst du denn jetzt hier? Geh weg. So dich mag niemand. Du bist ne blöde Cave-Spider. Halt dich von mir fern. Ich dreh durch, wenn ich die ganze Zeit schon die Spinnen höre. Ich hab nicht mal im geringsten Ahnung, wo ich langgelaufen bin. Hier irgendwo. Oh. Oh. Ich hab mir übertrieben an Nachhine Szene wehgetan, ja. Weil ich hab voll gegen meinen Stuhl hingetreten. So ein K***, ey. War auch super schlau, von mir nochmal tiefer in die Höhle reinzulaufen. Um dann noch mein Inventar ein bisschen tiefer drin zu verteilen. Echt. Richtig geil von mir. Feier ich. Ey, wenn ich dich jetzt in nem Stock besiegen muss, ne? Und ich dachte, ich komm mir locker flockig durch, ey. Oh, nee. Du bist doch auch viel zu agil, Mann. Du bist doch viel zu agil. Ja, was? Und jetzt kommt hier Big Muddy und die Tochter oder was? Jetzt ver... Man. So. Cave-Spider-Ausrottungskommando. Wo ist die Schere? Ihr seid fällig. Alle. Wo ist die Hacke? Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Wo ist noch so ein Spawner hier? Da war doch schon mal das Problem. Du brauchst da gar nicht einkommen. Du bist fällig jetzt hier. Feierabend will ich. So, jetzt hat sich hier mal auch, ne? Outgecave-Spider, sag ich mal. So wie es ist. Den haben wir schon mal auf der Gefecht gesetzt. Warum hast du denn kein Lockback? Was ist denn los mit dir? Hatten die noch nie Lockback? Wo bin ich hier gelandet? Ich treffe es nicht. Die Hitbox ist so dermaßen... Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Was ist denn jetzt sein Problem? Was ist denn jetzt sein Problem? Warum? Warum ist er schon da? Warum wartet er auf mich? Was ist dein Auftrag, mich hier abzukampen? So, Nico, der Profi. Versuch Nummer... Ich weiß es nicht. 7, 8, 6. Wenn ich diese Spinne da schon wieder höre. Zwei Creeper. Yes. Komm. Ja, komm durch. Spreng mich hoch. Es ist wirklich... Es ist kein Problem mittlerweile für mich. Er kommt da wirklich rum, ne? Ich habe nicht mal mehr Zeit, um mein Equip anzuziehen. Natürlich kommt er auch noch an. Natürlich kommt er auch noch. Sind hier Sachen schon, die spawnen von hier? Meine Werkbank ist doch weg. Mein Schild fehlt. Ne. Ey. Wo? Wo? Von wo? Von wo? Du kannst mich hitten, aber ich dich nicht, oder was? Abschauen. Meine Eisenpickel ist weg. Meine Werkbank ist weg. Hier ist jetzt aber mal sowas von Feierabend drin. Da hängt schon wieder ein Creeper. Ja, ist immer noch eine Cave-Spider. Ich möchte... Ich möchte nicht, dass du hier bist. In weiser Voraussicht habe ich Metall mitgenommen. Metallpickel. Her damit. Hier, das sind doch Diamanten. Da ist doch noch so eine Cave-Spider. Was stimmt denn nicht mit dir? Und warum kannst du mich hitten, wenn du mit dem Rücken zu mir bist? Ich... Lass diese Höhle so sehr... So. Das ist doch schon mal sehr... Ach. 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 Warum spawnst du? Warum? Ich habe deinen Spawn doch... Ich habe ihn doch entschärft. Ich habe ihn doch entschärft. Ich... Wo weißt du jetzt, dass ich hier bin? Ey! So. Das sind fünf Dias. Ich kann leider nicht mehr lange drin bleiben. Weil wir haben nur noch... Äh... Hier. Zwei Stücke Fleisch. Aber ich weiß, wir brauchen Larpels. Zum Enchanten. Ist da noch ein Spawner? Ich... Weil ich... Du. Für mich macht das keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum hier so viele Spawner sind. Warum spawnen die denn da? Ich habe doch den Spawner aus... Es gibt Regeln hier in dem Spiel. Es sind überall Spawner hier. Das ist die schlimmste Höhle, die ich jemals in Minecraft gesehen habe. Das kann nicht wahr sein. Er lauert sich doch schon wieder. Er lauert da oben einfach auch. Okay, wir haben... Wir haben ein bisschen was. Wir haben ein bisschen was. Es ist mir jetzt... Äh... Super egal, ob ich hier noch mehr rausziehen kann. Oder Peng. Oder sowieso. Die Höhle hat mich gekommen. Das... Leute, 92% von euch, die hier die Videos gucken, haben den Kanal noch gar nicht abonniert. Das geht gar nicht. Deswegen auf jeden Fall nachholen. Könnt ihr direkt hier machen. Und hier links und rechts gibt es noch Videos, die ihr euch angucken könnt. Wie geil ist das denn?